Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum 59. Teil der Serie Ich bin Christ geworden und was nun? Und wir wollen uns den Jakobusbrief weiter anschauen und wahrscheinlich mindestens ihn heute hier auch beenden. Ja, ab Kapitel 3 geht es hier weiter. Nicht viele Lehrer sollt ihr werden, meine Brüder, wissend, dass größere Gerichtsbemessung wir erhalten werden. Ja, wo wir an anderer Stelle in der Bibel gelesen haben, dass Gott in die Gemeinde gesetzt hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer werden hier die Lehrer angesprochen. Das sind jene, die den Inhalt der Bibel, des christlichen Glaubens nach außen hin tragen und anderen beibringen, ja, im Amt eines Lehrers. Und da trägt man natürlich eine sehr hohe Verantwortung, ob man denn überhaupt das dann auch lehrt, was in der Bibel steht oder ob man Menschengebote lehrt, ja, Mythen und Legenden, die außerhalb der Bibel sind und damit versucht, die Bibel zu begründen, den Inhalt. Ob man Kirchenväterlehren lehrt oder die Bibel allein, also das Wort Gottes oder das Wort der Menschen, ja, das ist hier entscheidend, dass ein Lehrer im Christentum das natürlich unterscheiden muss. Wenn er zu seinen Schülern sagt, das steht in der Bibel drin, das lehrt die Schrift, ja, oder das lehren Menschen, wie sie die Schrift verstehen. Das ist natürlich ein Unterschied und so muss man natürlich das den, ja, den Neubekehrten, den Christen, der am Anfang seiner Reise steht, auch so erklären, dass allein das Wort Gottes, das niedergeschrieben wurde, die Wahrheit ist, ja, alles, was dort steht, ist Wahrheit, aber was aus dem Mund eines Menschen kommt, was nicht aus der Bibel hergeleitet ist, aus der ganzen Bibel hergeleitet ist, da muss man immer aufpassen, ja, und das letztendlich noch prüfen, ob sich Worte eines Lehrers dementsprechend auch so verhalten, wie es auch in der Gänze geschrieben steht, nicht wie es in einem Vers geschrieben steht oder in einem Kapitel oder in einem Brief niedergeschrieben steht oder in einem Evangeliumsbericht, sondern es muss mit allen anderen Dingen, die auch im Wort Gottes stehen, vereinbar sein, und zwar die Lehre und die Auslegung des Wortes, ja, und wenn man das nicht macht und meint, ja, ich will auch jemandem die Bibel beibringen, aber hält sich der nicht nach diesem Maßstab, ja, vor allem umso mehr es denn gibt, die sagen, wir wollen die Bibel anderen beibringen, wir wollen lehren, das Wort Gottes, so schleichen sich natürlich dann auch immer mehr Fehler ein, wenn man das nicht in vollkommener Arbeit letztendlich macht, sondern nur, ja, zu teilen und was einem wieder gefällt, lehrt man dann und die Bibelstellen, die nicht so schön sind, über die redet man dann nicht und dann kommt am Ende bei etwas raus, ja, ein Konstrukt, vielleicht auch ein logisches Konstrukt, das aber mit der Wahrheit nicht so viel zu tun hat, wo es denn viele Lücken gibt in dem, was man lehrt. Und da Gott sagt, es kommt darauf an, dass die ganze Schrift gelehrt wird, ja, altes, unneues Testament, und diejenigen, ihre Verantwortung womöglich dann nicht nachkommen werden unter den Lehrern, unter den vielen Lehrern, die dann vielleicht auch Lehrer, Bibellehrer geworden sind, werden auch jene eine größere Rechenschaft am Ende ablegen müssen, ja. Dann wird nämlich Gott fordern, du wolltest ein Lehrer des Gesetzes sein, ja, und du hast dich gar nicht in der Bibel so gut ausgekannt, du hast dich kaum mit dem und dem Thema dich befasst, du hast vielleicht Menschenlehren, dem bist du gefolgt und wolltest die weiter lehren an neugläubige Christen, aber mein Wort Gottes wolltest du den Zuhörern, den Schülern im Christentum nicht lehren, weil es dir vielleicht selber nicht gefallen hat, was du da so liest, ja, sondern du hast die schönsten Sachen, die für dich schön waren, rausgepickt, hast du die Neubekehrten vorgetragen, zu teilen, zu teilen, ja, und hast daraus eine Lehre geknüpft, aber es war nicht die Wahrheit, es war nur eine Teilwahrheit und dafür, wie gesagt, werden wir dann eine größere Rechenschaft ablegen müssen, sowohl in dieser Zeit und wenn da nicht geschehen, denn nach unserem Tod, dann wird Gott von den Bibellehrern, ich bin zum Beispiel auch einer, einfordern, die Schuld einfordern, ja, wie von einem Evangelisten oder einem Apostel von mir aus auch, ja, die Schuld eingefordert werden kann, warum hast du mein Wort nicht weitergetragen, wegen dir sind Menschen gestorben, so wird man auch einen Lehrer heranziehen und sagen, warum hast du den Menschen nicht die Wahrheit gelehrt, wegen dir sind womöglich Menschen verstorben, wegen dir sind vermutlich Menschen krank geworden im Christentum, weil du ihnen die Wahrheit vorenthalten hast, weil du nicht darüber reden wolltest, weil du Menschenlehren vortragen wolltest, weil du sie vielleicht von deinen Urvätern, Urmüttern, Kirchenvätern, was auch immer, gehört hast und gelesen hast und du findest die selber so toll, aber hast sie nie verglichen, ob sich wirklich alles so mit der Schrift selbst verhält und du hast lieber aus Predigten vorgetragen, anderer Menschen als selber die ganze Bibel vorzutragen, den Schülern im Christentum, die neu dazugekommen sind. Und da die große Warnung hier von Jakobus, dass er mitteilt, passt bloß auf, wenn ihr da draußen lehren wollt, den Inhalt der Bibel, umso mehr ihr euch dort verfehlt, umso höher das Gericht wird über euch kommen. Die, die nicht Lehrer werden wollen, sondern die halt andere Berufungen nachgehen, ja, was weiß ich, Prophet zu sein, gut, das kann man sich nicht aussuchen, dazu muss man natürlich erst von Gott die Stimme hören, aber ein Evangelist kann man schnell werden von sich. Ich evangelisiere jetzt, ja, oder ich werde jetzt Pastor, ja, ich erfülle die Voraussetzung eines Hirten und lasse mich jetzt als Pastor einsetzen, ja, oder halt als Lehrer, ja, wie gesagt, aber hier heißt es, der Lehrer wird die größte Bemessung bekommen im Gericht, weil er über die Worte Gottes den Menschen belehrt hat und belehren muss, und wenn er das nicht macht, wie wir sehen, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Evangelist da drüben in seiner Arbeit nicht so hart bestraft wird, wie wir bestraft werden, wenn es um das ganze Wort Gottes dann letztendlich geht. Das heißt nicht, dass wir gar keine Lehrer werden sollen, aber man sollte sich das gut überlegen, ja, das ganze Wort Gottes zu lehren, und zwar die Schrift und nicht nur das, was einem gefällt, ja, und alles zu prüfen, was man lehrt, ob es sich mit der ganzen Schrift auch so verhält, dazu muss man natürlich die Bibel ein paar Mal lesen in seinem Leben, ja, und studieren und dranbleiben, wenn man da ein guter Bibellehrer, ein großer Lehrer Israels, so wie es Nikodemus betitelt wird, ja, werden möchte. Braucht man das? Also sollte man sich hier warnen lassen von Gott, dass man hier auch sich gut überlegt, gehe ich dieser Berufung nach? Also wir dürfen uns das ja aussuchen, Gott wird nicht zu uns sagen, du bist ein Bibellehrer, ja, das kann er natürlich machen, wenn er jemanden auswählt, aber wir laufen ja im Allgemeinen der Berufung nach, das heißt, wir können uns aussuchen, welchen Weg wir gehen wollen, die sollen wir klug wählen, gehe ich in den Evangelisationsdienst, gehe ich in den Lehrdienst, gehe ich in den Aposteldienst, wobei das wäre eine Auslegung, werde ich das Hirtenamt anstreben, oder das Diakonenamt, wie auch immer, je nachdem, wie ich mich mit meinen Talenten begabt fühle, ja, müssen wir unsere Entscheidung da dann auch treffen. Es soll also eine Warnung sein an Bibellehrer, vor allem heute in der Internetzeit, da kommen viele aus dem Boden hervor und sagen, wir bringen jetzt anderen die Bibel bei und da sehen sie dann, in welche Verantwortung sie dann auf einmal treten und müssen sich am Ende nicht wundern, wenn sie vielleicht für ihre halbherzige Arbeit, ja, letztendlich den Lohn dafür denn empfangen werden. Vers 2 Ja, das ist das Ziel, das jeder Bibellehrer natürlich anstreben sollte, fest in der Schrift zu sein, ja, sozusagen die Schrift verinnerlicht zu haben, um das zu lernen, was die Schrift wirklich in der Gänze sagt, ja, und wenn wir denn da straucheln, ja, äh, nicht mehr weiter wissen, ja, wie war denn das jetzt und hier und da, ja, dann wird es natürlich dennoch eng, ne, weil, je nachdem, wie wir uns nicht auskennen, so werden wir denn auch meistens lehren, dann irren wir uns in dem, was wir lehren, ja. Muss man also, wie gesagt, dranbleiben und gut geübt sein, um in diesen Dienst dann auch hineinzugehen. Ja, Strauchel, dieser vollendete Mann ist befähigt zu führen, auch den ganzen Leib, also ist die Gemeinde gemeint, die in seinem Ort sich befindet, dass die denn auch angelehrt werden kann, der ganze Christusleib, die anderen Glieder des Leibes, dass auch sie vollendete werden in dem Gehörten, nicht in dem Lehren, sondern in dem Gehörten, weil die Schüler müssen ja von sich aus nicht weiter neue Lehrer werden, ja, natürlich werden wieder neue Lehrer auftreten, ja, ohne Lehrer kann natürlich nicht gelehrt werden, aber dazu muss man erstmal einen guten Lehrer haben, ja, um eine gute Lehre hinterher auch weiter davontragen zu können. Wenn ich einen schlechten Lehrer habe, aber ich meine, der ist gut, dann werde ich womöglich seine schlechten Lehren weitertragen, die sich gar nicht mit dem Wort Gottes so vereinbaren. Siehe, der Pferde die Zügel in die Mäuler wir werfen, dazu, dass sie willfähig werden, uns und ihren, den ganzen Leib führen wir. Ja, so haben wir das Ruder natürlich in der Hand, wenn der Lehrer, was weiß ich, lehrt, wir brauchen keine Gebote mehr einzuhalten, da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn seine Schüler dementsprechend auch so leben und so wandeln, ja, die verantworten, und die können am Ende auch sagen, ja, unser Lehrer hat gesagt, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Ja, und dann müssen natürlich die, die im Lehramt tätig sind, die Verantwortung dafür tragen. Das ist zum einen der Lehrer und das ist zum anderen auch der Pastor, weil der Pastor ist gleichzeitig auch ein Lehrer, nur halt in der höheren Verantwortung als ein Lehrer, ja, weil er noch mehr Machtraum hat als Vorsteher einer Gemeinde, aber auch er muss ja fähig sein zu lehren, wie es heißt, also auch er lehrt die Gemeinde an, die Ortsgemeinde, wo er sich drin befindet, die Neubekehrten, ja, die Menschen, die nicht im Lehramt tätig werden wollen oder auch nicht im ältesten, ja, Amt tätig werden wollen. Ja, und wie gesagt, wenn wir das gut machen, sowohl der Pastor als auch der Lehrer ist er dazu fähig, ja, den Leib letztendlich dahin zu führen, wo Gott ihn haben möchte, dass auch die Menschen, die Christen, die Gläubigen, die Heiligen, dass auch jene nach dem Wort Gottes leben, ja, das ihm beigebracht wurde und nicht nach Menschen geboten und nach ihren Gutdünken dann wandeln. Siehe, auch die Schiffe solchen Ausmaßes sind und von harten Winden getrieben werden. Es wird geführt vom geringsten Steuerruder, wohin etwa das Vorhaben des Schiffsführers beschließt. Ja, so ist das letztendlich. Hast du einen guten Lehrer, der dich belehrt hat, kommst du auch in der Welt gut zurecht. Ja, auf den Rat des Lehrers zu hören, ist immer gut, als auf seinen eigenen Rat zu hören. Das ist einmal selber Bibellehrer. Ja, man kann sich natürlich auch umhören, weil jeder Bibellehrer wird immer ein bisschen alles irgendwie anders erzählen. Das muss dann der Suchende auch dann prüfen, mit welchen Argumenten der jenes oder dieses halt sagt und behauptet und wieso es da unterschiedliche Meinungen und Lehren gibt aus der Schrift und unterschiedliche Verständnisse. Damit muss man sich befassen und dann halt auch suchen und prüfen, ja, inwieweit nun dort das jetzt nun wahrscheinlich ist oder nicht wahrscheinlich ist, was jemand sagt, wie er die Schrift lehrt und interpretiert. Ja, dieserweise auch die Zunge ein kleines Glied am Leib ist und rühmt sich groß, siehe, ein wenig Feuer, welch ausgewachsenen Wald es entzündet. Und die Zunge ein Feuer ist, die Welt der Ungerechtigkeit, dieserweise die Zunge eingesetzt ist unter unseren den Leibesgliedern, die befleckt den ganzen Körper. Ja, das kann am Ende passieren, ja. Die Zunge, ein kleines, ja, wie gesagt, Körperglied auch an der Gemeinde. Ein Lehrer, wie gesagt, ist ja nur ein Teil der Gemeinde an Aufgaben und Berufungen und notwendigen Dingen, die es da sonst wo gibt. Kann man erst Grund der 12 zum Beispiel nachlesen, haben wir ja auch schon besprochen, ja, dass jene, die die Worte Gottes lehren und sprechen und sagen mit ihrer Zunge, ja, dass die halt sehr viel Schaden anrichten können, ja. Feuer wird entzündet dadurch und eine ganze Wald brennt dadurch ab, wenn halt nicht das aus dem Mund hervorkommt eines Bibellehrers als Beispiel, ja. Was in der Schrift steht, tust du Irrlehren und falsche Lehren wiedergeben, ja, weil du vielleicht ungelehrt bist, weil du vielleicht auch nicht dich mit den Urtexten beschäftigt hast, weil du vielleicht falschen Übersetzungen folgst, ja, weil du selber die Worte nicht so verstehst und einfach vertraust auf Menschen und nicht prüfst, ja, jeder Bibellehrer muss prüfen, ob es sich so verhält, was in den Übersetzungen auch steht. Man kann nicht einfach so vertrauen, ich nehme jetzt die Neue-Welt-Übersetzung oder die Neues-Leben-Übersetzung, die Gute-Nachricht-Bibel und lehre daraus das Wort Gottes. Das ziemt sich eines Bibellehrers nicht, ja. Der trägt nämlich die Verantwortung, ob dann überhaupt die Übersetzung so richtig ist. Und da muss er sich mehrere Übersetzungen nebeneinander anschauen. Da muss er mal ins Lexikon gucken, wenn er an der Stelle ein bisschen alles so merkwürdig steht, ja, wo man vielleicht die Übersetzung auch anzweifeln kann, ja. Oder muss halt das Altgriechische lernen im Neuen Testament. Und im Hebräischen, im Alten Testament ist man sich hier auch gut bedient und nicht halt einfach nur irgendwie eine Bibelübersetzung zu nehmen und zu sagen, jetzt lehre ich euch das Alte und Neue Testament und es wird ja schon alles stimmig sein, was da drin steht in der Übersetzung. Ja, darauf darf man nicht vertrauen. Und der anerkannte Bibellehrer wird zustimmen, dass man sich nicht als Bibellehrer in Deutschland auf eine deutsche Bibelübersetzung stützen kann und sagen, guck mal, hier ist jetzt alles richtig übersetzt und deswegen muss ich mir keine Sorgen machen, ob denn hier ich auch die richtigen Lehren aus dieser Übersetzung verbreite. Das geht nicht, ja. Da muss man natürlich ein bisschen zielführender arbeiten, wenn man halt die Urtexte nicht kennt. Sonst bricht Feuer aus. Dann sagst du etwas, was total falsch ist, ob du die Übersetzung daran schuldest oder dein Verständnis oder dein Ungeübtsein, weil du den Rest der Schriften nicht kennst und du irgendwas lehrst aus einem Bibelfers, was sich aber mit anderen Bibelfersen nicht verträgt, die dir nicht in den Sinn kommen, ja, und du einfach nur das sagst, was du für richtig hältst, dann gibt es halt Probleme, ja. Kommt die Ungerechtigkeit, ja, ins Land? Wollen die Gebote nicht mehr einhalten? Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn Ungerechtigkeit ins Land einzieht, in die Gemeinde einzieht, ja. Und der ganze Leib, also die ganze Gemeinde dadurch befleckt wird, weil sie alle dann eine falsche Lehre im Kopf haben, die von einem Bibellehrer gelehrt wird. Und entflammt das Rad des uns Angestammten und entflammt wird von des Gehennafeuers. Ja, das Rad, der Kreislauf, wie gesagt, alles bei unserem Alltag, unser Lebensalltag, wenn wir damit halt mit solchen Dingen in Berührung kommen, falschen Lehren, dann wird sich das, wie gesagt, auf uns ausprägen und im schlimmsten Fall wird das Gehennafeuer am Ende dann auch uns heimsuchen, im schlimmsten Fall. Jede gewiss demnach Natur, der Wildtiere, wie auch der fliegenden Tiere, Reptilien, wie auch im Salzmeer seiende, wird gebändigt und ist gebändigt worden. Von der Natur der Menschlichen. Man kann halt sich mit den Tieren, kann man es aufnehmen im Meer und in den Lüften und am Land. Die Zunge aber, niemand ist fähig, von den Menschen zu bändigen, ein unzähmbares Übel, geweihtes, giftes, todbringend. Ja, man hat es nicht geschafft, dass halt jeder Mensch das sagt, was er sagen soll mit seinem Mund, das geht nicht. Bei den einen Würste todbringender Sachen höheren als bei dem anderen, weil man halt die Worte eines Menschen nicht bändigen kann. Er wird immer das reden, was in seinem Herzen ist. Ja, und wenn da etwas Falsches drin ist, dann wird er das auch noch nach außen enttragen. Und wie gesagt, welche große Probleme kann das Wort, das man spricht, bringen, wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, wenn es die falsche Auslegung ist zu einem Thema. Ja, du kannst ein Thema auspacken, was weiß ich, warum haben wir Leid in der Welt, man kann so zehn verschiedene Meinungen im Christentum hören, warum das so ist. Alle reden mit dem Wort, mit dem Mund, sagen, das steht so in der Bibel drin, das musst du so verstehen, das sind angeblich die richtigen Übersetzungen, die man dann heranzieht. Ja, aber Gott widerspricht sich nicht. Es können nicht zehn Meinungen oder unterschiedliche Lehren aus einem Wort oder einem Thema hervorkommen. Dann muss wohl irgendwas nicht stimmen. Dann hat man nicht gründlich studiert, sonst gäbe es ja eine einheitliche Meinung zu einem gewissen Thema, was die Schrift wohl lehrt. Ja, und das ist halt das Problem, dass halt die Dinge, die man redet, dann halt auch, ja, dazu führen, dass halt, ja, Leid kommt, über einen selbst später, ja, als auch über die, die es hören. Mit ihr loben wir den Gott und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die gemäß ähnlich Gottes geworden sind. Ja, schlimmsten Fall kann auch so etwas geschehen. Aus desselben Mundes herauskommt Segen und Fluch. Nicht gebraucht, meine Brüder diese so zu sein. Ja, also segnen die Menschen, segnen Gott preisen, das ist alles sehr löblich, aber dann auch irgendwie anfangen, die Brüder zu verfluchen, obwohl es nicht erlaubt ist, ja, oder eine unbegründet ist. Verfluchung in erster Linie ist jetzt erstmal nicht das Problem, wenn es aber rechtmäßig angewendet wird. Aber wie leicht reden wir mit der Zunge und glauben, es ist rechtmäßig, was wir tun, was wir sagen, was wir lehren, was wir fluchen, ja, aber wenn es falsch ist, wird das Leid nur umso größer werden, ja, mit uns selbst und mit den Menschen. Und das allein durch Worte. Nicht doch die Quelle aus desselben Loch, sie sprudelt das Süße und das Bittere. Nicht ist fähig, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven zu tragen oder ein Weinstock Feigen, gleicherweise nicht eine Quelle salziges und süßes Wasser hervorbringt. Ja, so ist die Natur, aber unser Mund, unsere Zunge bringen manchmal sehr merkwürdige Sachen hervor, kann man draußen beobachten. Ist irgendein Weiser und Meister unter euch, er zeige aus dem idealen Verhalten, die seine Werke, in Sanftmütigkeit der Weisheit. Ja, das ist ein guter Ratschlag, wie wir alle hier draußen, die wir, ob wir im Lehramt sind oder nicht, auch so generell umgehen sollen, mit unserem, ja, Lebenswandel und natürlich auch das, was wir reden und sagen, sollte sich mit der Schrift, ja, Gleichen, egal, ob es den Zuhörer gefällt oder nicht, ja, sondern, was in der Bibel steht, ist der Maßstab und nicht was, was die Welt sagt und vorlebt. Wenn aber bitterer Eifer, wenn aber bitteren Eifer ihr habt und Streit in dem euren Herzen, prallt ihr nicht etwa und lügt gegen die Wahrheit? Ja, da hat man natürlich die Problematik, dass halt, wenn denn zum Beispiel Christen oder Lehrer im Christentum zusammenkommen, es ja wohl bitteren Eifer und Streit geben kann, ja, und man meint, ja, wir haben die Wahrheit, nein, das, was du machst, ist falsch, du Irrlehrer, nein, du Irrlehrer, ja, aber das Problem ist halt, wenn wir das, was wir sagen und glauben, die Wahrheit ist, nicht die Wahrheit ist, dann reden wir gegen die Wahrheit, dann sind wir Lügner, ja, und wir reden nach unseren Gutdünken und Glauben, ja, wir haben jetzt die Wahrheit den Christen erzählt, der zum Glauben gekommen ist, ja, weil, ja, uns das so entweder gefällt oder das Verständnis, weil uns das andere Verständnis vielleicht nicht so passt, wie man aber auch die Bibel verstehen kann und das ist die Frage jetzt endlich, ja, wer hat nun die Wahrheit gesagt und das wird man dann am Ende erst sehen, am Ende. Nicht, es ist dies die Weisheit von oben herabkommend, sondern irdisch, sinnlich, dämonisch, ja. Natürlich wollen wir immer alle hoffen, dass wir, ja, Gottes Wort und Weisheit von oben verkündigen, dass das die Wahrheit ist, ja, aber da muss man aufpassen, wie gesagt, wenn man sich im Christum umguckt, wird man ja feststellen, dass unterschiedliche Lehrmeinungen über gewisse Themen vorhanden sind, man müsste sich damit auch beschäftigen und dann mit der Schrift anhand dieser Dinge Argumente vergleichen, wo die, ja, größeren Zusprüche halt sind für die eine oder andere Lehre oder Auslegung. Ja, und wenn wir das nicht machen und wir wollen halt nach unserem Kopf vorgehen, ja, dann werden wir halt, ja, irdisch gesinnt sein, dämonisch handeln, nicht mehr der Wahrheit gemäß, sondern was uns gefällt, dann sagen und, ja, da werden wir wie die Dämonen, die sagen nämlich auch das, was ihnen gefällt, ja, die reden auch nicht die Dinge Gottes, sondern machen auch das, was sie wollen, sie reden das, was sie wollen, ja, sie wollen mit der Wahrheit nichts zu tun haben, ja, noch der Satan nichts mit der Wahrheit zu tun haben möchte. Das ist halt die Gefahr im Christentum, wenn man im Christentum Bibellehrer oder Menschen begegnet, die einem nicht die Wahrheit sagen, sondern eine irdisch gesinnte Meinung und Lehre, ja, die teuflisch betitelt wird. Gewiss demnach, wo Eifersucht und Streit ist, dort ist Aufruhe und jede schlechte Sache. Ja, das kann dann am Ende rauskommen. Stellt ihr vor, in einer Gemeinde gibt es zwei, drei Bibellehrer und jeder erzählt was anderes, dann wird daraus auch nichts Gutes hervorgehen. Da wird man sich nur streiten, ja, Aufruhe kann sogar geschehen, ja, Parteiungen und das Gleiche und das ist sicherlich nicht der Wille Gottes. Natürlich haben wir die Parteiungen, deswegen sollte man sich natürlich, ich sag mal, im Konsens natürlich Bibellehrer suchen, die an sich einer Meinung sind. Jetzt unbedingt nicht gänzlich, aber es ist schon problematisch, wenn der eine Bibellehrer 50% nur glaubt, was der andere Bibellehrer glaubt, ja, dann wird es da natürlich immer zu Streit auch kommen und zu Problemen, wenn man solche Bibellehrer in einer Gemeinschaft denn halt hat, in einer Stadt. Ja, da wäre es zumindest besser, dass man sagt, gut, okay, du hast diese Meinung, die ist hier aber nicht vertretbar, dann such dir eine andere Gemeinschaft, wo Leute dir gerne zuhören und Lehrer suchen, wonach es in ihren Ohren juckt und da wirst du bestimmt auch welche finden, die deinen Lehren folgen und deinen Auslegungen folgen, aber hier machst du nur Streit und Zank in der Gemeinde durch halt diese unterschiedlichen Ansichten, die man denn da hat, ja, wo man der eine behauptet, nein, das ist falsch, der andere sagt, nein, das ist falsch, ja, und so kommt man natürlich dann nicht zusammen. Weiter im Text. Aber die von oben, die Weisheit, zuerst für wahr rein, sie ist auf danach friedsam, milde, fügsam, geweitet des Erbarmens. Ja, natürlich würde jeder sagen, die Dinge, die von oben kommen, aus dem Himmel herab, z.B. durch einen Propheten, ja, wenn es göttliche Worte sind, die übertragen werden, natürlich ist es dann die Wahrheit. Jesus hat ja die Wahrheit erzählt, von dem, ja, wie man die Bibel zu verstehen hat. Da war jetzt nichts so, dass man sagen muss, ja, ist denn das überhaupt die richtige Auslegung, Jesus? Und hast du denn überhaupt jetzt dadurch die Schriften richtig verstanden? Ja, da muss man sich keine Sorgen machen, zumindest von dem, was von oben kommt, von Gott kommt, wird immer wahr sein. Aber wir Menschen haben halt, ja, eben nicht den Zugang zu kompletten Erkenntnisse der Worte, der Schrift, sondern wir können auch nur die Schriften auslegen, wie uns es, ja, einleuchtet letztendlich. Natürlich würde mal jeder sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, Frage 10 Christen, die so reden, werden trotzdem unterschiedlicher Meinung sein, als hätte der Heilige Geist 10 verschiedene Meinungen. Da muss man dementsprechend natürlich auch aufpassen, wie man lehrt, ob man dogmatisch lehrt oder sich sagt, ja gut, kann ja sein, dass ich mich auch irre, aber nach meinem Erkenntnisstand müsste das so sein. Ja, müsste man auch ein bisschen aufpassen und nicht gleich Leute anfangen zu verurteilen, nur weil sie vielleicht andere Meinungen haben bezüglich des Glaubens. Natürlich nach den Maßstäben der Schrift, ganz klar, aber ob nur jemand an die Vorentrückung glaubt oder an der mittleren Entrückung oder der Spätentrückung, ja, daraus jetzt zu streiten und zu hadern, das ist natürlich meines Erachtens Quatsch. Wenn dann zählen die Argumente und der Hörer muss die Argumente prüfen und sucht sich dann selber das raus, was ihm gefällt, ja, aber letztendlich zu behaupten, ich hätte jetzt die Wahrheit, hier und wie man die Bibel zu verstehen hat, das ist schwierig, ja, so soll man auch dementsprechend umgehen damit, wie man mit Menschen umgeht, die Hörer oder halt auch Lehrer des Gesetzes sind, ja, Lehrer der Schrift, dass man trotzdem Frieden bleibt, ja, und geduldig bleibt und halt auch sich sagt, ja gut, wenn der Bruder oder die Schwester sich da irrt in der Sache, ja gut, möge Gott doch ihnen genädig sein und Zeit geben, es doch noch richtig zu verstehen, ja, aber auch wir Menschen können uns ja auch irren, ja, Irren ist menschlich, nur Gott irrt sich halt nicht und so müssen wir halt mit diesen Dingen auch umgehen. Ja, Geweihte des Erbarmens und guter Früchte nicht Unterschiede machend und ungeheuchelt, ne, zu dem einen rede ich so, zu dem anderen rede ich so, nein, das ist so nicht wohlgefällig, wir sollen es ihm natürlich das Gleiche sagen, ja, weil Gott ja die Person auch nicht ansieht und so sollten die Lehren dann auch sein, dass sie jedermann gleich erreicht. Frucht aber der Gerechtigkeit in Frieden wird gesät, denen die Frieden stiftenden, ja, natürlich immer den Frieden zu bewahren, das hat kein Krieg und Streit und Tod und Totschlag, was auch immer ausbricht, was in der Kirchengeschichte schon geschehen ist, da haben sich Christen gegenseitig umgebracht, weil einer meinte, er wüsste es besser als der andere, wie er Schriften zu verstehen hat und wie man Lehren auszulegen hat, die in der Bibel vorhanden sind. Jakobus Kapitel 4 Woher kommen Streit und Kämpfe unter euch nicht daher aus den euren Gelüsten, die Krieg führen in den euren Körpergliedern? Ja, meistens warum ist man sich denn unterschiedlicher Meinung in bestimmten Worten und in Lehren der Schrift, meistens hat das mit dem Eigenempfinden des Redners zu tun, ja, was weiß ich, ich nehme mal so ein Beispiel, wenn ich als sehr, sehr, sehr gerne Schweinefleisch esse und mein Leben lang damit aufgewachsen bin, auch im Christentum, ja, und da kommt auf einmal einer an und sagt, man soll kein Schweinefleisch essen, das ist gegen das Wort Gottes, ja, klar, dass ich dann wahrscheinlich anfange, Krieg zu führen mit meinen Begierden und Gelüsten, weil ich das ja gerne mache und dementsprechend auch jetzt nicht unbedingt ein Leben leben möchte ohne Schweinefleisch in meinen Speisen, die ich zu mir nehme, dass man natürlich dann auch daran angetrieben wird, aus solchen Dingen dann auch, ja, zu streiten mit den anderen und sagen, nein, Speisegebote gelten nicht für Christen und wie auch immer, das ist jetzt nur ein Beispiel, ohne jetzt zu sagen, was davon richtig ist, aber so entstehen dann halt auch die Kämpfe, ne, und man darf Geschiene heiraten, was weiß ich nicht, ja, weil es halt an den Gelüsten des Menschen hängt, ja, wie ich halt mit den Lehren der Bibel auch umgehe, leider ist das so, ja, leider, und da entstehen halt die Kämpfe und der Streit um die Wahrheit, was das Wort Gottes nun wirklich sagt, ja, ihr begehrt und keinesfalls habt ihr, ihr mordet und ihr eifert und keinesfalls seid ihr fähig zu erlangen, ihr zankt und streitet, und keinesfalls habt ihr, aber dadurch, dass ihr nicht bittet, ja, auch das ist natürlich ein großes Problem, ja, dass alle mal irgendwie die Wahrheit haben wollen und richtig wandeln wollen und in der richtigen Einstellung, aber letztendlich kommt es doch zu Streit und sogar Mordtaten mit dem Wort oder halt mit der Hand, ja, umso schlimmer, aber auch das ist schon geschehen, ja, und dann Streitigkeiten, Zankereien, ja, und jeder meint es besser, zu wissen, aber Gott sagt doch, wenn ihr euch doch irrt, ja, untereinander, da müssen ja da Fehler sein, irgendeiner muss sich ja irren, ja, entweder alle oder, oder fast alle und dementsprechend wäre es doch mal gut, wenn ihr einfach betet, ja, bittet um Gott, gib mir doch die Wahrheit und die Wahrheit, dass ich dein Wort verstehe und es anderen auch so richtig verkündige und dass ich es auch für mich richtig annehme und anwende, ja, und wenn man da Gott mit außen vorlässt und Gott, ja gut, dann schaut er halt Gott nur zu und sagt, na, dann schreit euch mal über das Wort Gottes, aber ihr könnt euch ja eigentlich auch an mich wenden, damit ich euch durch meinen Geist in die Wahrheit leite und das wird halt nicht von morgen auf heute sein, sondern das dauert dann einfach ein bisschen Zeit. Ihr bittet und keinesfalls erhaltet ihr, weil in übler Weise ihr für euch bittet, deswegen, in den euren Genüssen ihr es verbraucht. Ja, und auch das kann natürlich, man kann sich natürlich an Gott wenden, aber mit der falschen Einstellung, ja, Gott gibt mir die Weisheit, dass ich endlich den anderen da fertig machen kann, ja, was weiß ich, oder in anderer Weise mit diesem Wissen dann umgehen kann, Geld verdienen kann, was auch immer, ja, wo Gott sagt, so läuft das aber mal nicht, ja, so wie du da gebeten hast, werde ich dir das nicht erfüllen, ja, weil du, wie gesagt, es so verwenden möchtest, das, was ich dir denn geben würde, wie mir es nicht wohlgefällig ist, sondern für deine eigenen Genüsse möchtest du es verbrauchen, diese Dinge, die ich dir denn, oder gebrauchen, die ich dir denn geben würde, auch das ist dann wichtig, die innere Einstellung, warum ich für etwas bitte, für was ich etwas bei Gott bitte, Ehebrecher und Ehebrecherinnen, nicht habt ihr wahrgenommen, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft mit des Gottes ist, ja, sehen wir hier schon harte Worte, ne, des Ehebruchs, jemanden zu beschuldigen, hier in der Gemeinde wohl möglich, ja, Männer und Frauen, Christen und Christinnen, ja, dass halt dort sie als solche betitelt werden, entweder, weil sie wirklich die Ehe gebrochen haben, oder weil sie mit Gott die Ehe brechen, ja, und Dinge tun, die sich nicht gehören, ja, sich mit der Welt verbinden wollen und nicht mit Gott verbinden wollen, das ist ja dann auch Ehebruch, dass sozusagen gegen die Ehevorschriften, ja, Abmachung dann verstößt, indem man nicht mehr das tut, was eigentlich man, ja, machen sollte in der Ehe, und zwar auf die Regeln hören, die festgesetzt wurden mit dem Bund, ja, und, äh, wer wie gesagt mit der Welt gehen möchte, ja, der macht sich Gott zum Feind, wie es hier heißt, ja, dementsprechend muss man immer darauf beacht sein, natürlich, ähm, nach Gottes Regeln auch zu leben und nicht nach dem, was die Welt vorgibt. Welcher wohl nun beschließt, ein Freund zu sein der Welt, als Feind des Gottes stellt er sich hin? Ja, will natürlich wahrscheinlich keiner empfunden werden, ne, aber muss man aufpassen, nicht die weltlichen Lehren und Auslegungen, wie man Dinge zu verstehen hat, sind entscheidend, sondern das, was Gott selbst sagt in seinem Wort, das ist entscheidend, wie wir leben sollen, was wir lehren sollen, unser Lebenswandel wieder aussehen soll. Oder meint ihr, dass vergeblich die Schrift dies sagt, zum Neid sehnt sich der Geist, welcher wohnt in uns? Ja, sicherlich, es sollte auch verständlich sein, dass das, was Gottes ist, ja auch möchte, dass, wenn es Gottes ist, dass sich alle an die gleichen Regeln halten und wenn jemand sagt, ich bin des Gottes, ja, aber mache nicht das und folge anderen Dingen nach, dass natürlich denn da, ja, eine Eifersucht oder Neid aufkommen kann, ja, sollte, sollte verständlich sein, ja, dass halt das Göttliche immer danach ausgerichtet ist, dass die, das Anhänglichen des Gottes auch sich so verhält, ja, und nicht anderen Dingen nachstrebt, die außerhalb Gottes sind. Und so kann er, wie es hier heißt, zum Neid sehnt sich der Geist, ja, dass wir halt hier zu Gott schauen, ja, und nicht auf das, was die Welt macht. Größeres aber, er gibt Gnade, darum sagt er, der Gott, den Stolzen widersetzt er sich, den Demütigen aber gibt er Gnade. Auch dortin halt, ne, wenn jemand sagt, okay Gott, also sich da auch zu demütigen in allen Dingen, mache ich das richtig, laufe ich der Welt nach oder folge ich dem Wort Gottes, folge ich den Göttlichen nach, ja, sich da auch zu demütigen, ich weiß alles besser und ich habe alles verstanden, da brauche ich überhaupt gar nicht meine Meinung ändern, da muss ich auch nicht bitten und sonst was machen, sondern das wird schon alles so passen, so wie ich es sage und so wie ich meinen Lebenswandel gestalte, ja, und wie ich die Bibel auslege. Und dann kann der Größte Gott sagen, ja gut, dann mach mal dein Ding, aber von mir hast du nicht viel zu erwarten, ne, so kann das dann nämlich dann auch enden, ne, dass dann keine Gnade ausgegeben wird. Ordnet euch unterfolglich dem Gott, ja, also das, was in der Bibel steht, widersteht den Teufel, ja, also alles, was dämonisch ist, was außerhalb Gottes ist, gelehrt wird, gesagt wird, vorgelebt wird, ist nicht richtig, ist teuflisch. Da würde man dann den Teufel folgen, ja, in seiner Natur und nicht Gott sich unterordnen, ja, und wenn wir das machen, ja, wir ordnen uns Gott unter und er wird fliehen von euch, also der Teufel, wenn ihr euch für Gott entscheidet, dann sucht er sich nämlich andere Menschen aus, die gerne nach dem leben wollen, was nicht des Gottes ist. Naht euch dem Gott und er naht sich euch. Reinigt ihr die Hände, ihr Sünder und läutert ihr die Herzen Zwiespältige. Ja, das war die Sache, folge ich Gott nach, folge ich der Welt nach, folge ich Gottes Regeln nach oder folge ich den Regeln der Menschen nach, egal ob im Christentum oder in der Welt. Ja, Matthäus 5 sollte da einleuchtend sein, auch nur eins der kleinsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt. Da ist dann schon, das geschieht ganz schnell, wenn ihr Christentum umguckt, ja, die Masse hat sich dazu entschieden, nicht mehr die Gebote Gottes zu lehren, sondern die Gebote der Menschen zu lehren. Ja, und Gott fordert auf, reinigt euch, läutert euch, passt mit euren Händen auf, was ihr macht, ihr dürft nicht in die Sünde fallen, ihr sollt es nicht tun, ja, dazu müsst ihr natürlich auch die richtige Lehre haben und ihr müsst es auch selber wollen. Und wenn ihr noch zwiegespalten bist, mal so, mal so, ja, morgen, morgen, Sündige, heute nicht, ja, dann wird es mit dir auch nicht gut ausgehen. Seid elend und trauert und jammert, dass euer Lachen in Trauer wandle sich und die Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Angesicht des Herrn und er wird euch erhöhen. Ja, wenn man da gefallen ist in die Sünde oder halt Irrlehren verbreitet und es doch erkennt, dass es nicht gut ist, dann umkehren, sich demütigen vor Gott, Gott ist auch gnädig zu solchen, die dann umkehren, weil Gott hat ja kein Wohlgefallen an den Sünder, dass er stirbt, sondern dass er umkehrt. Nicht verleumdet einander, Brüder, der Verleumder des Bruders und Verurteilende, den seinen Bruder verleumdet das Gesetz. Ja, das ist dann halt die Problematik, wenn man denn Dinge behauptet über anderen, die dann überhaupt gar nicht zutreffen, was weiß ich, was weiß ich, du kommst in die Hölle, ja, du bist ein Höllenbewohner, du bist ein Kind des Teufels, und wenn das nicht der Wahrheit entspricht, aus der Sicht Gottes, ja, dann, dann, dann tut man etwas Schlechtes seinem Bruder damit antun. Du musst schon aufpassen, was man sagt, ja, dass es sich schon so verhält, dass es auch stimmig ist. Ich kann also gegen meinen Bruder etwas sagen, das auch stimmig ist, das ist dann nicht so das Problem. Wenn ich aber etwas behaupte und ihn etwas anlaste, was gar nicht stimmt, dass er sich nie so verhalten hat, ja, er hat die Ehe gebrochen, hat er nie gemacht, ja, würde er niemals machen, ja, aber du behauptest diese Dinge über ihn, oder er ist ein Irrlehrer, oder er ist kein Kind Gottes, und er ist ein Höllenbewohner, und was ich sehe, nicht alles, ja, mit was man Menschen oder im Christentum gegeneinander verleumden kann, ein Irrlehrer, ja, dann, da muss man sich auch nicht wundern, wenn Gott, dass der das hört, dann dementsprechend das auch auf dich zurückkommen lässt, ja, und dann verurteilst du noch den Bruder, wie gesagt, ach, du kommst in die Hölle, ja, du bist ein Sünder, du bist ausgestoßen, sonst etwas, ja, und wenn das gegen das Gesetz ist, ja, wenn der Bruder aber nach dem Gesetz richtig wandelt, und du verleumdest ihn als, was weiß ich, aus der Gnade gefallen, oder wie gesagt, er kommt in die Hölle, oder sonst was, dann wird das früher oder später einem selber heimsuchen, der diese Dinge zu seinem Bruder sagt, ihn verurteilt, oder verleumdet zu falschen Dingen, die wieder dem Gesetz sind, ja, und richtet das Gesetz, wenn aber das Gesetz du verurteilst, nicht du bist ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter dessen, also du verurteilst das Gesetz letztendlich damit auch, du hast den Bruder verurteilen, ihn verleumden, ja, und du beurteilst denn, wie das Gesetz zu verstehen ist, du bist dann also gegen das Gesetz, das Gesetz verlangt nämlich das andere von dir, dass du, wenn es sich nach dem Gesetz verhält, auch da nicht dagegen redest, ja, und so verurteilst du das Gesetz, das Gesetz, ach, das ist, es meint es nicht so, ja, also du hast das Gesetz verurteilt damit, ja, dass es halt nicht richtig und gut ist, und dass der Glaubensbruder das Wasser erzählt, da wohl falsch ist in deinen Augen, aber eigentlich ist nach dem Gesetz richtig, ja, und du bist dadurch nicht der Täter des Gesetzes geworden, sondern du bist ein Richter, du hast das Gesetz gerichtet, dass es falsch ist, dass es nicht so ist, ja, wie es das Gesetz sagt, und so macht man sich natürlich dann selber schuldig und wird dann ernten das, was man gesät hat. Einer ist der Gesetzgeber, der für sich vermag zu retten und zu verderben, ja, so ist es auch, ja, das Gesetz und Gott, wie er das Gesetz auslegt, nicht wie die Menschen es machen, entscheidet darüber, ob jemand gerettet wird oder verdorben wird, ob er in die Hölle kommt oder ob er ins Paradies kommt, ja, ob er hier auf Ehren zugrunde geht, weil er ein Irrlehrer ist und an Gottes Augen ist es doch ein guter, rechtschaffender Lehrer, Gott ist es, der den Menschen dann verdirbt oder halt rettet. Du, wer auch immer du bist, welcher du verurteilst, den anderen, Wul'an nun, also wie gesagt, hier nochmal die Warnung an die, die da irgendjemand verurteilen, er sei kein Kind Gottes, er sei aus der Gnade gefallen oder was auch immer, oder er kommt in die Hölle, ja, diese Glaubensgeschwister, die das über andere Glaubensgeschwister sagen, die können sich warm anziehen. Wul'an nun, die sagenden, heute und morgen, während wir gehen hinein, in die und die Stadt und schaffen, dort im selbigen Jahr, eines, und wir werden Geschäfte machen und werden Gewinne erzielen. Welche irgendwer, keinesfalls, als ihr euch auskennt, in Bezug auf des morgerigen Tages, welcher Art er ist, demnach, dass euer Leben ein Hauch, demnach ist es, ja, also Pläne zu schmieren für die Zukunft, ich werde jetzt das machen und hab das vor und das vor und das vor, um solche Menschen geht es im Christentum, ja, der zu kurz erscheine, darauf aber verschwindende, also der Hauch, so werden wir gesehen, anstatt ihrjenigen das zu sagen, wenn etwa der Herr es dann wollte und falls wir mögen leben, auch wir mögen tun, dieses oder jenes, also alles mit Gott in Verbindung zu sehen, wenn Gott das überhaupt will, ja, und nicht was wir wollen zu tun und Vorhaben zu machen, sondern ob es sich dann mit Gottes Willen auch vereinbart, dann mögen wir das tun, wenn Gott es will und falls wir überhaupt noch leben, auch dafür haben wir ja keine Sicherheit, ja, dann mögen wir jenes oder jenes tun, dass wir das in unserem Denken haben und nicht das, was wir tun wollen, was wir gegengesetzt Gottes ist. Nun aber rühmt ihr euch in den euren Prahlereien, jedes Rühmen solches Böse es ist. Ja, man da Gott außen vorlässt und meint, ich lehre alles richtig, ich mache alles richtig und ich habe Folgendes vor und das werde ich alles umsetzen und Gott da gar nicht mit einbezieht, ja, in diese Dinge, was Gott nun letztendlich dazu sagt, was das Wort Gottes dazu sagt, dann muss man sich nicht wundern, wie es hier heißt, es ist ein böses Verhalten, was man hier als Christ an den Tag dann legen würde. Einer, der weiß nun Ideales zu tun und nicht es tut, Sünde ist es ihm. Ja, sollte man dann spätestens verstanden haben, nachdem man zwei, dreimal die Bibel durchgelesen hat, woraus es im Groben mindestens ankommt, ja, und dann dementsprechend das im Alltag auch anzuwenden und sich so zu verhalten, ja, habe ich dieses Wissen nicht, weil ich es vergessen habe, weil ich nicht gerade sehr tüchtig bin in dem Studium vom Wort Gottes her und ich sage etwas oder tue etwas nicht, was ich nicht weiß, wie ich da zu tun, eigentlich zu handeln gefordert bin. Da wird es uns natürlich auch nicht so zu Sünde gerechnet, als wenn wir es wüssten und es doch dann tun. Ein Beispiel, der weiß, er soll kein Schweinefleisch essen, das hat er in der Bibel gelesen und hat es auch irgendwie verstanden, ja, und macht es trotzdem, der wird größere Probleme dann bekommen, als der, der es nicht besser weiß. Er sagt, ich weiß nicht, ich glaube, der eine sagt so und ich glaube, ich habe es nicht kapiert, ob wir nun Schweinefleisch essen dürfen oder nicht, mal so als Beispiel, bei dem sieht es dann wieder anders aus. Er ist trotzdem Sünder, aber auch bei ihm wird es nicht so bemessen, als wie dem, der es schon erkannt hat, dass diese Dinge richtig sind. So, Jakobus Kapitel 5 zuletzt noch. Herbei nun, die Reichen, jammert ihr, Heulende, über den euren Drangsalen, denen die Aufkommenen, ja, auch die Reichen tragen eine Verantwortung, wenn sie der nicht nachkommen, werden sie auch durch ihre höhere Verantwortung, auch ihre Probleme umso weiter mehren. Der euer Reichtum ist verfault und die eure Bekleidung zum Mottenfraß geworden. Ja, der Zustand des Eigentums wird nicht gerade gut dargestellt, es wurde halt unnütz aufbewahrt und wurde kein sinnvolles damit getätigt. Dass euer Gold und das Silber ist verrostet oder ist zerätzt oder vergiftet, kann man das übersetzen, und das ihrer Ätzgift zur Bezeugung für euch wird es sein und wird fressen, dass euer Fleisch wie Feuer, ihr habt Reichtum angehäuft in den letzten Tagen. Ja, reich zu sein ist kein Problem, aber es sinnvoll einzusetzen, ja, aufzubewahren, dass es da verfault, einstaubt, dafür ist es nicht da. Man soll damit auch Handel treiben, zur Bank bringen, selber damit wirtschaften, etwas Sinnvolles damit machen, helfen, geistiger Art, fleischlicher Art, ja, so Hunger bekämpfen, Nacktheit bekämpfen, aber auch, wie sagt man, Bildung zu erkämpfen, und zwar biblische Bildung, jetzt nicht nur Allgemeinbildung, Mathe und Deutsch, ja, als Beispiel jetzt mal, sondern auch die Bibellehre muss gefördert werden mit Reichtum, ja, wisst, der Lohn, der Arbeiter, der Mähenden, die eure Äcker, der Vorenthaltene von euch, schreit, und die Hilferufe der Erntearbeiter sind in die Ohren des Herrn Zeberort eingegangen. Ja, das ist natürlich ein schlimmer Zustand, wenn man da sehr viel Geld hat und dann investiert in Arbeiten und dann gibt es natürlich Menschen, die dort mitarbeiten und die haben einen Lohn ausgemacht, für den man da arbeitet und da sagt der Reich jetzt, ich gebe euch aber nicht den Lohn, der vereinbart wurde. Ja, das natürlich dann, äh, die Belegschaften, äh, aufbegehrt und auch wenn es Christen sind, umso schlimmer, dass dieser Zustand denn vorherrscht und sie dann zu Gott schreien und beten, da wird natürlich da dann auch Probleme kommen von dem, ja, Arbeiter, der die Erntearbeiter da eingestellt hat. Ja, und, äh, ja, auch das, sowohl in dieser Art, als auch natürlich, wenn jemand Gemeindearbeit leistet, was weiß ich, äh, damals wohnen die Lobpreis, ähm, Sänger, Musiker im Tempel auch bezahlt, ja, schon vorher in der Gemeinde werden nur noch ehrenamtliche Dinge durchgetätigt, wo denn einer aber sagt, davon kann ich nicht mehr leben, wenn ich mal diesen Dienst hier sein muss, ja, da muss natürlich auch da geschaut werden, dass man da denn auch dementsprechend handelt, also ihr geht natürlich an die Reichen, jetzt nicht an die Armen. Ihr lebt in Üppigkeit auf der Erde und verschwendet, ihr mästet die eure Herzen wie am Tag der Schlachtung. Also, das ist eher ein egoistisches Verhalten, ja, also ihr, äh, schmückt euer Leben aus, im Prunk, ja, was weiß ich, äh, große Villa, fünf Autos, fünfmal Urlaub fahren im Jahr, tausend Schuhe, tausend Kleider, was weiß auch, ja, und jeden Tag gibt's, äh, äh, ja, Rinderbraten, wie auch immer, ja, nur das Köstlichste zu essen, aber euch geht nicht der Rest der Welt etwas scheinbar an, auch nicht die Gemeinde etwas an, oder auch welche sind, die nicht so einen guten Lohn haben für ihre Arbeit und, äh, dementsprechend sich gar nicht leisten können, sich jeden Tag zu mästen, ja, und in Üppigkeit zu leben. Na, und das muss, das muss ein Reicher im Christentum halt beachten und dementsprechend auch handeln, dass er das, dass er mit seinen Finanzen, sein gutes Einkommen, auch die unterstützt, die halt weniger haben. Ihr verurteilt, ihr ermordet den Gerechten. Keinesfalls widersetzt er sich euch. Ja, natürlich, wir wissen, dass die Reichen auch die Möglichkeit haben, jemand anderen zu verklagen. Mit genug Geld kann man natürlich sich vieles auch, äh, Vorteile erschleichen in der Welt, so dass vielleicht jemand stirbt und umgebracht wird zu seinen eigenen Wünschen. So eine Geschichte haben wir auch im Alten Testament, ja, und der, der eh nichts dagegen tun kann, der sich keinen Anwalt leisten kann, der keine Auftragskiller erneuern kann, oder Bodyguards, ja, der wird sich auch denn da nicht widersetzen können und wird es dann einfach so hinnehmen und es in Gottes Arme dann letztendlich legen. Seid geduldig nun, Brüder, bis zur Anwesenheit des Herrn Wisset, der Bauer erwartet auf sie, die kostbare Frucht des Landes geduldig, bis etwa er erhält Regengüsse im Frühjahr und im Spätjahr. Ja, natürlich auch hier gibt es Menschen vielleicht nicht so gut und die sehen sich übervorteilt von anderen Christen, die reich sind, aber dennoch soll man wissen, der Herr kommt ja irgendwann und dann wird er seinen Lohn jedem zuteilen, so wie auch der Bauer warten muss, bis dann halt Gott den Regen schickt und dann irgendwann er das von Gott, was da gewachsen ist, dann auch abernten kann für sich. Geduldig seid auch ihr, festigt die eure Herzen, da die Anwesenheit des Herrn nahe ist. Nicht seufzt gegeneinander, Brüder, dass nicht ihr demgemäß gerichtet werdet. Ja, und auch da wieder aufpassen und der Herr kommt doch noch lange nicht und ach, wir sollten vielleicht doch nicht mehr so auf die Bibel schauen. Ja, bis der Richter vor den Türen ersteht, ja, also der denn das urteilen wird, was wir in unsere Gedanken und unsere Handlungen tun. Beispielhaft nimmt an, des Übels leiden meine Brüder und die Geduld, die der Propheten, welche sprachen in dem Namen des Herrn. Auch da ging es nicht immer gut zu. Ja, Propheten wurden auch eingesperrt, hat man ihnen nichts mehr zu essen gegeben, weil halt die Worte, die sie geredet haben, nicht jemals sprach, was man hören wollte. Aber wenn es Gottes Wahrheiten sind, auch in der Gemeinde, tja, dann dennoch ausharren, wenn man merkt, ja, meine Glaubensgeschwister hören nicht auf mich und ich meine, ich bin in der Wahrheit, und jetzt muss man auch noch Gott das sogar als wirklich Wahrheit sieht, dann wird es dir denn halt nicht zum Schaden werden, auch wenn dir die Leute nicht glauben. Siehe, wir preisen selig die geduldig Ausgeharrt haben, denn das Ausharren Hiobs hörtet ihr und die Vollendung des Herrn habt ihr Fahrgenommen, dass erbarmungsvoll er ist, der Herr und mitleidig. Ja, und so sollten wir auch im Leben einhergehen mit unserem Glaubensgebrüder, ja. Vor allen Dingen aber meine Brüder nicht, in Klammern so, so kann man auch weglassen, schwört, weder bei dem Himmel, weder bei der Erde, noch bei anderen Dingen. So irgendeinen Eid. Also wie sagt man, soll nicht schwören bei diesen Dingen. Die Bibel sagt, man soll nur bei dem Namen Gottes schwören. Es sei aber euer das Ja ein Ja und das Nein ein Nein, das nicht zur Heuchelei ihr fallen werdet. Also in unserem täglichen Sprachgebrauch sollen wir nicht immer sagen, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, sondern einfach sagen, nein oder ja. Ja, und nicht im Alltag auf Gottes Namen zu schwören, das gehört sich nicht. Das gehört sich nur in wirklich wichtigen Angelegenheiten, wie zum Beispiel vor Gericht. Ja, die Lesart zur Heuchelei würde es sonst uns fallen. Ja, wenn wir immer Ja, Ja sagen und es dann nicht tun und Nein sagen und wir machen es dann trotzdem nicht. Ja, oder ich schwöre noch, umso schlimmer und mach es dann nicht. Ja, dann heucheln wir generell dem Menschen etwas vor mit dem, was wir sagen. Ja, die andere Lesart hat man hier noch. Nicht durch das Gericht werdet ihr sonst fallen, wenn ihr halt nicht ordnungsgemäß dem Menschen antwortet. Leidet irgendeiner Übel unter euch. Er bete für sich. Ist immer gut, wenn es einem schlecht geht, sich an Gott zu wenden, mit ihm darüber zu reden, dass Gott sich doch der Sache annehmen soll. Geht es gut jemanden? Er spiele auf der Seite. Ja, wenn er es dann kann, kann natürlich den Lobpreis sozusagen machen für Gott mit seinen Musikinstrumenten. Ist schwach oder krank irgendeiner unter euch? Er rufe zu sich die Ältesten, also die Pastoren oder Hirten oder Aufseher, die sind damit gemeint, der Gemeinde. Tja, da muss man erst mal dazu sagen, dass man es natürlich erst mal Älteste, Aufseher, Pastoren oder Hirten ja auch braucht. Gibt es nicht in jeder Gemeinde und auch noch mehrere, die Ältesten, nicht den Ältesten, sondern die Ältesten, ja, die da eingesetzt wurden. Über die Voraussetzungen dafür habe ich auch schon gesprochen, ja, oder wir haben das ja auch angesprochen, schon in der Vergangenheit, was in Titus und Timotheus dazu geschrieben steht. Ja, wenn natürlich eine Gemeinde nur einen Ältesten hat oder gar keinen Ältesten hat, dann sieht es natürlich schlecht aus, wenn jemand schwach oder krank ist im Christentum. Man muss auch hoffen, dass er jemanden findet, der die Gabe der Heilung hat, ist noch unwahrscheinlicher hier draußen in der Welt. Ja, leider lebt die Gemeinde des Christentums heute im Jahr 2020 nicht mehr das vor, was in der Bibel steht. Man richtet sich auch nicht mehr danach aus, sondern Menschen machen, was sie wollen und bauen ihre Gemeinden auf, wie sie wollen, ja, was nur noch nach Menschenart ist, aber nicht nach Gottesart, weil wie die Schrift sich verhält, so muss es geschehen und nicht wie Kirchenväter oder sonst wer erzählt hat, wie es sein muss, hier draußen es gemacht wird. Ja, so errufe die Ältesten der Gemeinde und sie sollen beten über ihn, einreibend ihn mit Olivenöl in dem Namen des Herrn. Ja, auch hier in dem Beispiel, dass natürlich hier gewisse Handlungen in der Gemeinde vorhanden sind, mit Öl jemand einzureiben, der krank ist oder schwach für ihn zu beten. Also die Ältesten machen das jetzt hier, die sollen beten im Namen Jesus Christus, dass jener wohl wieder gesund wird. Ähnliche Handlungen finden wir auch im Alten Testament wieder bei Aussatz, ja, dass da auch mit Öl gearbeitet wird, da werden auch der Körperstellen eingerieben damit, ob es die gleichen Körperstellen sind, hier rechter Daumen, rechter Zeh und rechtes Ohrläppchen sei mal dahingestellt, ja, da kann man sich ja dran ausprobieren. Man wird ja sehen, wann der kranke Christ denn oder schwache Christ wieder zu Kräften kommt oder gesund wird, wenn man diese Handlung als Älteste durchführt. Aber die wenigsten Ältesten glauben an so etwas, ja, also ich kenne keinen persönlichen Ältestenrat in Deutschland, der danach handelt, was hier steht, ja, die meisten nehmen dann irgendwie Sonnenblumenöl und wenn, dann ist es maximal ein Pastor, der das macht. So eine Erlebnisse habe ich schon selber erlebt in der Vergangenheit in meiner alten Gemeinde, da gab es einen Pastor, zumindest der scheinbar richtig eingesetzt war, der Rest der Ältesten dort war eher so, naja gut, die hatten die Voraussetzungen auf jeden Fall nicht erfüllt, Älteste zu sein, fand ich zumindest, ja, und als ich da mal krank war und den Pastor gerufen habe, dann kam er dann, glaube ich, mit Sonnenblumenöl an und hat versucht auch, das zu machen, was hier steht, was hier schon mal löblich ist, er hat es versucht, ich habe ihn darauf hingewiesen, guck mal, in der Bibel steht auch das, ich war wirklich sehr lange krank, drei Wochen oder so, ging es mir nicht gut, irgendwie eine Art Grippe, ja, oder Virus eingefangen, schwer zu sagen, und er hat das auch gemacht, hat aber gar nicht geheult, es hat nichts gebracht, ja, wo ich mir heute natürlich auch sage, ja, wenn man das nicht macht, wie es in der Bibel steht, also die Ältesten rufen, ich konnte gar keine Ältesten rufen, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gemacht habe damals und der Pastor gesagt hat, es reicht aus, wenn ich das mache, ja, hat man gesehen, wie es ausrastet, ich lege das ja nicht dem Pastor zur Last, aber ich lege es dem Christentum zur Last, dass diese Irrlehren gefördert werden, wie mit der Bibel umgegangen wird, mit dem, was da geschrieben steht, dass das gar nicht so angewendet wird, sondern jeder, wie es einem gefällt, wie oft habe ich von Pastoren in der Vergangenheit gehört, das brauchen wir nicht, wir machen das so nicht, obwohl es eigentlich in der Schrift so steht, ja, umso schlimmer, ja, und, wie gesagt, das sollen eigentlich die Ältesten machen, wenn ein Christ krank oder schwach ist, wenn er zu Kräften kommen muss, oder in irgendeiner Weise, dass die Gemeinde Ältesten diese Verantwortung eigentlich tragen, wie gesagt, ich kenne nicht einen Ältesten, der an diesen Bibelfers hier in Deutschland noch glaubt, wo die Gemeinde mindestens zwei Älteste hat und je nachdem, wenn die Gläubigen darum bitten, dass die Ältesten dann auch so handeln, ja, Vers 15, und das Gelübde des Glaubens wird retten den Wankenden und es wird aufstehen lassen, ihn der Herr, und wenn etwa er einer ist, der Sünden getan hat, es wird ihm vergeben werden, ja, hier haben wir zum Beispiel einen Bibelfers, der in fast allen Bibelübersetzungen falsch übersetzt wird, das hat was auch wieder mit Bibelauslegung zu tun, weil man glaubt, man darf nicht schwören, man darf kein Gelübde ablegen, das ist alles unchristlich angeblich, wenn man da Bibelstellen missversteht und so macht man meistens aus dem Wort dann nicht mehr Gelübde, sondern das Gebet. Ja, aber hier steht im Urtext das Wort Gelübde, ganz wenige Bibelübersetzungen haben es auch so, die allerwenigsten, ja, ich habe es natürlich auch so hier drin geschrieben, natürlich macht das Sinn, wenn ich ein Gelübde ablege vor Gott und sage, Gott, wenn du mich doch errettest von meinen Krankheiten oder wie schlimm die auch immer ist, dann werde ich das und das tun und wenn Gott dieses Gelübde gefällt, dann wird er mich natürlich davon retten und sagen, gut, ich werde dich jetzt heilen, aber du musst dich ja auch dann an dein Gelübde halten, was du mir versprochen hast, was du denn machen wirst, nachdem du gesund geworden bist. Ja, so wird Gott dich dann wieder aufstehen lassen, wenn natürlich das Gelübde einen gewissen Wert hatte, ja, und du bist ja meistens durch Sünde, wie es hier heißt, nicht immer, aber meist durch Sünde bist du in der Situation, dass du ermattet bist, dass du krank bist, ja, und diese Sünden vergibt auch Gott. Natürlich sollte man seine Sünden auch bekennen, wie wir gleich noch hören werden, ja, das wird das alles fördern, dass Gott sich jemanden erbarmt. Und da gibt es heute Christen draußen, die sagen, Krankheiten haben nichts mit Sünde zu tun, was totaler Quatsch ist, wenn man sich wieder irgendwelche Bibelferse bedient und sie auslegt, wie sie gar nicht auszulegen sind und dementsprechend auch andere Bibelstellen, wie auch hier zum Beispiel, jenen wieder sprechen. Ja, also jemand, dem es nicht gut geht, der sollte immer erst schauen, liegt es an meinen Sünden, sollte ich mal über meine Sünden reden, ja, öffentlich mit meinem Pastor oder heute mal ein Glübde ablegen, dass Gott doch mir helfen soll, mich retten soll, vielleicht vom Krebstod oder sonst irgendetwas, was mir naht, ja, haben wir natürlich diese Mittel, die hier zur Verfügung stehen, was uns die Schrift sagt, nicht was Menschen uns sagen, irgendwelchen Worten, Predigen, sonst was, sondern was in der Schrift steht, das, dem sollen wir nachjahren. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, also hier haben wir das als Beispiel, dass halt bekennen soll man die Übertretung, entweder namentlich, ja, vor allem, wenn es einem sehr schlecht geht, ruhig darüber zu reden, ich habe jenes und jenes getan, was eine Sünde ist, darüber zu reden, ja, ob nun öffentlich allen oder halt jemand einen Glaubensfuser oder den Pastor, das ist immer dahingestellt, ja, und, ja, betet auch füreinander, das ist die Fürbitte füreinander, Gott, sei doch gnädig dem Glaubensbruder, der da im Sterben liegt oder sonst irgendetwas, wenn es dein Wille ist, verändere doch, wie auch immer, wir dürfen ja auch beten, wie es ja Johannes ja auch sagt, Fürbitte einlegen, wenn jemand sündigt, aber eine Sünde, die nicht zum Tode ist, dann, und es geht ihm deswegen schlecht, dann können wir ja für ihn beten, dass Gott ihn wieder rettet und Gott tut ihn ja denn auch retten, heißt es, ja, dass es aber eine Sünde zum Tode ist, worauf der Tod eigentlich steht, dann sollen wir nicht dafür eigentlich beten und wir müssen uns auch nicht wundern, wenn dann derjenige auch nicht gesund wird, ja, weil, weil Gott auch sagt, nein, der muss sich richtig mal umkehren, weil der tut zu viele schlimme Sachen, er ist ein schlechtes Vorbild fürs Christentum und dann wird er denn halt sterben, ja, aber wenn wir bekennen, Buße tun, Gott flehen und Gott bitten und Gott Gelübde ablegen, ja, dann kann sich Gott auch wieder uns zuwenden und sagen, gut, ich werde dich jetzt doch heilen, ja, und das Gebet für andere kann auch heilen, dass ihr geheilt werdet, ja, sehr stark ist ein Flehen eines Gerechten, da es wirksam ist, also umso heiliger ein Mensch lebt, umso größere Macht hat sein Gebet, hat sein Flehen, ja, dass er vor Gott bringt, vielleicht um jemanden Fürbitte einzulegen, ja, oder um jemanden um Heilung zu beten, ja, das ist letztendlich auch wieder etwas, was wir in der Schrift hier vorfinden. Elia, ein Mensch, er war gleich geartet uns und ein Gebet betete er, dass kein Regen sei und nicht es regnete auf dem Land in demselbigen Jahr drei insgesamt und sechs Monate, können wir nachlesen in der Bibel, und wieder betete er und der Himmel Regenguss ergab und das Land ließ sprossen, die seine Frucht, ja, so sehen wir jemanden, der heilig wandelt, ja, der kann dann auch da beten und Gott hört, Unglück übers Land und dann auch wieder das Land davon zu befreien. Als Erziehungsmaßnahme hat das natürlich Elia getan zu seiner Zeit. Brüder, wenn etwa irgendeiner unter euch irregeführt wurde von der Wahrheit und sollte umwenden irgendeiner ihn, ja, der erkenne, dass der Umwendende ein Sünder aus seinen des Irrtumsweges er retten wird, eine Seele aus dem Tod und wird verhüllen eine Menge Sünden. Ja, ist immer gut, Menschen zu überzeugen, du pass auf, den Weg du da bist, das ist falsch, du sollst dich abwenden von der Sünde, Hör auf Schweinefleisch zu essen, also als Beispiel, ja, halt den Sabbat ein, ja, so kannst du halt aus dem Irrtum deines Weges errettet werden, auf dem du dich da befindest, ja, und wenn du es schaffst, dass Menschen, wie gesagt, nach deinem Wort auch hören und wandeln, ja, dann hast du jemanden aus dem Tod gerettet, Krebstod, aus welchen auch immer, ja, ähm, und es werden sogar noch Sünden dadurch zugedeckt und verhüllt, ob deine eigenen oder die des Sünders, das steht jetzt hier nicht, ja, aber es hat sicherlich einen Lohn, der mit sich gebracht wird, wenn man Sünder zum Umkehren bringt, ja, das war der Jakobusbrief, da werden wir dann heute hier Schluss machen und werden uns dann beim nächsten Mal dann den Petrusbrief in der nächsten Folge, so Gott will, sollte ich noch am Leben sein, ja, dann auch zuwenden. Dann bis zum nächsten Mal. Shalom.